Sie werden in die Außenstelle verlegen. So das heißt, die wollen mich abschieben in den Seniorenknast bei der Pflegeknackis. Mich! Johannes Bückler, Teil der sogenannten Boxerbande. Falls es dich interessiert, ich habe den perfekten Plan, wie wir hier auskommen. Zusammen. Tor neben. Es lebe die Freiheit auf unserer Bande. Ist die Boxerbande wieder komplett? Was machen die da? Man sollte die alte Bande nicht unterschätzen. Orton b martin. Das ist ein Durchschnitt. Man sollte diejaset vom Säken kлавen. Deshalb macht das Bande nicht unterschätzen.